Ja, mein Name ist Daniel, ich arbeite seit gut einem Jahr in der Intensivbetreuung für Menschen mit Autismus Spektrum. Man hat mir wirklich gute Einlehrzeit gegeben, also man sagt bei uns in der Regel, dass man wirklich neun Monate Zeit bekommt, um das Klientel kennenzulernen, um den Bereich wirklich gut kennenzulernen und man wird wirklich von allen Mitarbeitern und Chefitäten unterstützt, da gut einen Einklang zu finden. Ja, also im Wohnbereich im Generellen haben wir Teildienste, Nachdienste, Wochenenddienste. Es ist aber immer adaptierbar, also wenn jetzt zum Beispiel ich mal am Wochenende was vorhabe, fortgehen will, bis ich feiern, ist es natürlich möglich, das mit der Chefin abzuklären und da findet man immer gemeinsame Lösungen. Ja, größten Benefits sind für mich wirklich die Psychohygiene, eine gute Work-Life-Balance. Also ich muss sagen, ich hätte nie gedacht, dass ich in so einem Bereich Privatleben und Berufsleben so gut in Einklang kriege. Also ja.